Hallo ihr Lieben! Heute zeige ich euch nochmals meine letzte Herbstdekoration und zwar in diesen wunderschönen weißen Boxen. Um die ganze Deko in den Boxen etwas zu erhöhen, habe ich noch Gläser reingestellt. Dazu setze ich dann Erika noch mit rein. Diese Metallboxen kann man sehr schön dekorieren. Ihr habt vielleicht auch die eine oder andere Weihnachtsdekoration schon von mir gesehen, in diesen wunderschönen weißen Boxen. Auch dekoriere ich sehr gerne mit diesen künstlichen Girlanden. Die peppen so einfache Dekorationen einfach toll auf. Wenn sie manchmal auch etwas schwierig sind, herumzuwickeln. Dann habe ich noch einen weiß-silberfarbenen Glaspilz, den werde ich jetzt gleich noch dazustellen. Dann habe ich noch weiße Dekoäpfel, die habe ich auf einen Schaschlikspieß draufgesetzt. Dann setze ich noch ein paar weiß gestrichene Äste dazu. Ein gebasteltes Kränzchen. Vielleicht habt ihr ja auch mal Lust auf Instagram, Facebook, Pinterest oder TikTok bei mir vorbeizuschauen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Lasst mir doch gerne ein Like da, wenn ich euch mit dieser Herbstdekoration inspirieren konnte. Ich werde mir auf jeden Fall einige tolle Dekorationen für den Herbst einfallen lassen. Und würde mich natürlich sehr freuen, wenn ich euch auch wieder auf meinem YouTube-Kanal begrüßen dürfte. Dann verabschiede ich mich mal und sage hoffentlich bis bald. Schicke euch ganz herzliche und liebe Grüße, eure Sandra.